Alltägliche Dinge, deren Zweck total logisch ist, die sie aber auch für ganz andere Sachen verwenden können. Heute Sauerkraut. Es gehört in Thüringen zur guten Bratwurst dazu wie lecker Kartoffeln und hinterlässt im ganzen Haus gern mal einen intensiven Geruch. Aber Sauerkraut macht auch ihren Teppich sauber. Einfach abgetropftes Sauerkraut großzügig auf alten Flecken im Teppich verteilen, kräftig reiben und Sauerkraut anschließend mit Besen und Staubsauger entfernen. Sauerkraut ist der perfekte Teppichreiniger. Man kann aber auch Bomben damit bauen.